Hast du auch das Gefühl, mit einem Fuß auf dem Gaspedal und mit dem anderen Fuß auf der Bremse zu stehen? Ja, dann herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Zeit, in der wir auf der einen Seite aufgefordert sind, unserer Heldenreise anzutreten und auf der anderen Seite uns immer wieder Zeit nehmen dürfen, zum Reflektieren, unsere Werte zu überprüfen, herauszufinden, was wir wirklich wollen und den Kontakt tief zu unserem Inneren herzustellen. Wir kommen jetzt ganz stark in die Berührung mit einem mystischen Tor, welches uns ermöglicht, alles zu manifestieren und wie du diese aktuelle Phase optimal nutzt. Darum geht es hier heute in dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Linda Giese. Ich bin die Begründerin der Seinspotenzial-Methode. Seinspotenziale sind deine Stärken, so deine innewohnenden Geheimnisse, die es dir ermöglichen, wenn du deine Seinspotenziale nutzt, wirklich ganz ziel- und siegessicher in die Erfüllung deines Lebens zu kommen, egal, was du für dich als Erfüllung definierst. Seinspotenziale wirken in allen Lebensbereichen. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, lade ich dich herzlich ein zu unserer Seinspotenzial-Live-Show. Diese ist kostenlos und mit ein bisschen Glück nutzt du vielleicht sogar die Gelegenheit, dich für eine Beratung auswählen zu lassen und klemm dir somit dein härtestes Problem unter den Arm. Bring es mit in die Live-Show. Und den Link dazu findest du hier in dieser Podcast-Beschreibung. So, jetzt erst einmal zurück zu diesem mystischen Tor, welches uns ermöglicht, alles zu manifestieren. Als allererstes möchte ich dich gerne mal einladen, einen kurzen Blick zurückzuwerfen, so um diese Zeit vor einem Jahr. Wer warst du da? Was waren deine Ziele, deine Träume, deine Wünsche? Was hast du davon erfüllt, erreicht und was wartet noch von dir, realisiert zu werden? Das Spannende ist, wir starten jetzt einen ganz, ganz neuen Zyklus, in dem es uns möglich wird, wieder zu unserer Heldenreise aufzubrechen, sie fortzusetzen sogar auch. Und das ist ein ganz spannendes Thema, was übrigens auch hier und da ganz schön auf Widerstände stößt. Zum Beispiel in meiner letzten Podcast-Folge sprach ich schon davon, dass wir zur besten Version unseres Selbst werden sollten, als Einladung natürlich. Und das fanden viele ganz, ganz toll, aber auch unglaublich viele haben sich über diese Aussage sehr, sehr geärgert. Und das zeigt einfach auf, dass wir auch an unterschiedlichen Punkten stehen in unserem Leben und dass wir unterschiedliche Dinge verarbeiten und uns auch unterschiedlich ausrichten. Also jede Heldenreise hat so ihre ganz eigenen Stationen und da darf auch jeder für sich selber schauen, in welcher Station stehe ich eigentlich gerade, was ist für mich jetzt gerade aktuell wichtig. Und deswegen einfach auch nochmal so die Einladung, schau genau hin, was war so im letzten Jahr, was war heute vor circa einem Jahr, was war die Reise bis heute für dich, wo hast du dich orientierungslos gefühlt oder wo bist du vielleicht sogar schon aufgebrochen, zu deiner Heldenreise die beste Version von dir selbst zu werden. Denn das sind ganz wichtige Anhaltspunkte für dich, auch zu erkennen, wie es für dich weitergeht. Weitere wichtigen Anhaltspunkte sind, dass jetzt gerade aktuell dieses mystische Tor geöffnet ist, in dem wir Antworten bekommen, Hinweise bekommen, wie wir uns ausrichten können. Und dieses mystische Tor ermöglicht es uns, tiefer mit uns in Kontakt zu kommen. Vielleicht hast du ganz besonders intensive Träume, Hinweise, Inträume, Botschaften, die du einfach ganz plötzlich so downloadest und so nach innen sie ganz tief in dir andocken und du einfach spürst, wow, hier ist eine Erkenntnis, eine Information, die bewegt mich, die macht etwas mit mir und sie gibt mir einen Hinweis, ein Zeichen dafür, worauf ich mich ausrichten sollte. Denn dieses Tor, was sich da so wunderschön mystisch öffnet, öffnet sich nach innen, also für uns nach innen. Denn in uns ist eine unglaubliche Weisheit verborgen, an die wir herankommen können, gerade jetzt so zu diesen Zeiten, also in diesen Tagen jetzt und auch in den kommenden Wochen sind wir sehr, sehr sensibel, wenn es auch mit vorausschreitender Zeit immer weiter abnimmt. Darum ist es schön, dass du jetzt hier heute diesen Podcast hörst, um ganz besonders vielleicht auch diese Müdigkeit, die dich zurzeit ereilt oder dieses Ruhebedürfnis, was du zurzeit verspürst, wirklich auch einzuladen und dir Raum und Zeit zu nehmen, wirklich nach innen zu horchen, zu schauen, was möchte sich dir zeigen und deine Werte zu überprüfen, deine Ziele zu überprüfen. Wo möchtest du hin? Denn auch diese Ruhephase, in der wir jetzt sind, die geht wieder vorbei und dann bekommst du wieder diese Tatenkraft, diesen Tatendrang, deine Heldenreise weiter fortzusetzen, dich zu entwickeln, auch in dir aufzuräumen, zu heilen, was noch zu heilen ist, aber eben auch Ziele anzuvisieren und für diese zu gehen und zwar ganz eigenverantwortlich, ganz selbstbewusst und souverän. Denn das ist so diese Reise, in der wir auch als Kollektiv stärker denn je aufgebrochen sind. Wir sind in einer Zeit, in der wir auch eben kollektiv jetzt aufstehen und, ja, ich sage einfach mal so, die Welt zu einer besseren machen wollen. Und da beginnt natürlich jeder bei sich selbst. Und was ist für dich im Moment erstrebenswert und was scheint dir zum Beispiel auch erreichbar zu sein? Worin möchtest du deine Heldenreise fortsetzen? Möchtest du besonders intensiv lieben oder besonders freundlich sein, aufmerksam sein anderen Menschen gegenüber? Oder hast du ein Wirkungsfeld, ja, wo du außergewöhnlich gut werden möchtest, wo du deine Fähigkeiten erhöhen willst? Dazu brechen wir wieder auf. Jetzt aktuell ist diese Phase angebrochen, wo du so tiefen Kontakt zu dir selber bekommst, zu deinen Träumen und zu deinen Visionen. Das Spannende ist, wenn du dir jetzt den Raum nimmst, diese zu achten und diese durchzufühlen und vor allen Dingen auch zu visualisieren. Also wir haben ganz, ganz starke Chancen jetzt, uns in diesen Film unseres Lebens, in die Vision unseres Lebens hineinzubegeben, sie, die Ereignisse vielleicht nicht nur zu sehen, sondern auch zu fühlen. Und je mehr Kontakt du mit am besten all deinen Sinnen bekommst für deine Vision, umso kraftvoller ist die Möglichkeit, dass du diese eben auch manifestieren wirst, dass du diese auch erreichen wirst. Diese Phase, in der wir jetzt sind, hat das ganz große Geschenk in sich, dass wir uns einmal mal wieder resetten, dass wir wieder bei uns ankommen und all das loslassen, was uns häufig so unter Druck und unter Stress versetzt. Aber diese Zeit hat auch die Möglichkeit, dass wir uns klar werden, wohin unsere Reise gehen soll, dass wir alle Energien bündeln, sodass sie einen Manifestationsschwungrad in Bewegung setzen und dich eben auch mitnehmen auf diese Reise, sodass du wieder Mut und Kraft verspürst, das, was dir so wichtig ist, umzusetzen. Denn je mehr wir auch zu der Person werden, die wir werden müssen, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen, umso leichter manifestiert sich das. Ja, also wenn du schon, bevor es sich manifestiert hat, zu der Person geworden bist, die du sein musst, um das Erreichte zu erlangen. Genau. Je mehr wir dafür tun auch, um unsere Ziele zu realisieren, umso stärker wirken diese Manifestationskräfte. Ich wünsche dir also wunderschöne Tage, wo du Zeit und Raum für dich hast, wo du all die Gefühle einfach auch mal aufsteigen lassen darfst und sie nicht wegdrängst und all die Gedanken, die aufsteigen, dass du sie mal zulässt, anstatt sie wegzudrängen und wirklich genau herauszufinden, was ist dir wichtig, wie darf es für dich weitergehen. Denn wie es für dich weitergeht, das bestimmst in einem extremst hohen Maße du selbst, ja, mit deiner inneren Ausrichtung, mit deiner Geisteshaltung, mit deiner Willenskraft, mit deiner Kontinuitätsfähigkeit, mit deinem Durchhaltevermögen, ja, und mit all deinen Entscheidungen und Nichtentscheidungen, die du triffst. Von Herzen das Allerallerschönste für dich, in Liebe, deine Schwester im Geiste, deine Linda.